Er kreift bei ihr wieder. Die kreift eine wieder. Lorenz, komm ne, du sollst eine kreift im Schlüge. Nee, die ist drei, komm je. Moin, Dose, ich dauert eine neue Runde. Ja, Pezen, du hast eine Tweetbasteur, ey. Moin, Christa Pöksen, du okay? Hallo Ulla, mein Schäfchen, Kontrollmarkt schon zu? Hi Lars, warum geht ihr mir in Leone? Gött, Charlotte, ein Mianne, waren wir im Bild von der Elf der Morgen. Tag, Jens, fertig mit Melken? Ja, Holsteiner, Herr Lengen wird fair. Kronen will wissen. Der Krug an der Wiedau. Manche, mir ist ein Lungenwilli. Hier scheint oldens bloß der Zilliv. Oh, ja, was schall hier auch euch rutscheid? Das ist hier nur ein Lungenwilli. Küsse und helke, da außer für die Kreativität, ey. Jüss, ich habe auch ein Kreativbier, wie sie könnt. Jo, Kronen. Leute, hat ja im Prinzip recht. Wie wäre es, wenn wir uns einen Patenkrug suchen? Ich hätte auch eine Idee. Den Krug meines Onkels in Frankreich. So kann ich euch übersehen, den Hügelauten. Bonjour, Monsieur Damme. Mein Name ist Antoine Lerocke und ich bin die Onkel von das Oldsteiner. Ja, moin, Anton. Heilig willkommen in einem Wiedaukrug, du. Du, du begrüßen erst mal schön Krok, du Obwam, ne? Und du nösen feine Frischsäfte, ey. Pardon? Ich hätte lieber eine Chardonnay. Hamke, Ali. Hanna Stilic. Oh, der Vater ist höchstmange. Sönheit. Sönheit. Merde, qu'est-ce ça? Lieb Frauenmilch, ein Spitzenwein. Sehr beliebt hier in der Region. Ah, oui, oui. Excusez-moi, ich muss noch ganz schnell nach draußen in mein Auto. Du, ich bin sofort wieder da. Der ist ja schon minutenlang weg. Ich glaub nicht, dass er nochmal wiederkommt. Nöch, er hält nicht. Mein Erpartenkruch hab ich da nur überfahren. Go, laufend, togne Asse, ob wir was lüft. Dotschan W4, Loans Musik.